So, ich habe die Funktion von x ist x hoch 3 plus 2x und ich frage, ist sie umkehrbar, ja oder nein? Da könnte man jetzt f hoch minus 1 versucht sein x und y zu vertauschen. Also ich habe hier y gleich x hoch 3 plus 2x vertauschen und dann hätte ich x gleich y hoch 3 plus 2y und so weiter. Bringt aber nichts. Wenn nur die Frage der Umkehrbarkeit gefragt ist, einfach nur ableiten. Der Strich von x ist 3x² plus 2. Es ist ja nicht die Umkehrung gesucht, da muss man das machen, sondern nur die Umkehrbarkeit. Und für die Umkehrbarkeit ist die Frage nach der Steigung. Weil wenn ich eine Funktion habe, die so ausschaut, also wo man erst bergauf geht und dann bergab geht, ja so, dann ändert sich die Steigung. Die ist hier positiv, die ist hier negativ, die Steigung ist hier 0 und wenn ich diese Funktion versuche umzukehren, dann habe ich ja, wenn ich eine Parallele zur x-Achse mache, habe ich hier zwei Schnittpunkte und dann lässt die sich nicht umkehren. Weil die Umkehrung, die hätte dann, da wäre es nicht eindeutig. So, und die Funktion, da schaue ich mal, ob das 0 ist. 3x² plus 2 gleich 0. Ableiten, ableiten, 0 setzen, wenn man nicht weiter weiß, immer so machen. Minus 2, 3x² gleich minus 2, x² gleich minus 2 Drittel, dann die Wurzel draus und dann sagt der Taschenrechner, geht nicht. Aus was Negativen kann man keine Wurzel ziehen und dann schaut man sich das da mal an und stellt fest, das ist immer positiv. Das heißt, es ist nicht so, wie es hier gezeigt wird, ja, so rauf, runter, plus, minus, sondern immer positiv. Keine Gerade, schon irgendwie geschwungen, aber immer hoch und damit ist es umkehrbar. Ja, ein bisschen so Platz schaffen und das dann aufschreiben, genau, f' von x größer 0 für x Element r, ja, für den ganzen Definitionsbereich. Und damit weiß ich, das heißt streng, monoton, wachsend und damit umkehrbar. Und zwar umkehrbar für ganz r, ja, für alle x Element d und d ist r. Bei einer Parabel kann ich ja sagen, da ist sie umkehrbar, wenn ich mir nur den Anteil anschaue, dann wächst. Ja, dann ist er nicht in ganz d umkehrbar, aber hier in diesem Fall, das Ding ist überall umkehrbar. Und das schaue ich mir an, das ist die grüne. Ja, also hier. Und die geht wirklich bergauf, bergauf und die lässt sich umkehren. Die blaue nicht. Die blaue wäre folgende. Die blaue wäre y gleich x hoch 3 minus x. Dann habe ich y' gleich 3x Quadrat minus 1. Und hier habe ich wirklich Nullstellen. Also 3x Quadrat minus 1 gleich 0. Den 1er rüber, 3er rüber. Da kommt aus x Quadrat gleich 1 Drittel. x gleich plus oder minus Wurzel aus 1 Drittel. Ich habe ja hier eine Parabel minus 1 nach unten verschoben. Also so eine Parabel steil minus 1, die hat hier zwei Nullstellen. Ja, und das ist die Ableitung. Grün ist hier die Ableitung mal. Wenn die Ableitung plus, minus, plus ist, dann muss die Funktion eben, ja das, was die blaue Funktion hier auch tut, steigen, fallen, steigen. Damit kann ich sie nicht umkehren. Wenn ich jetzt irgendeinen Balken male, dann stelle ich fest, dieser Balken schneidet das mehrfach. Hätte ich eine Umkehrfunktion, dann würde diese Zahl, das ist der 0,3, würde nicht wissen, wo sie hin soll. Soll sie da hin oder da hin oder da hin. Also die 0,3 ist verloren und deswegen geht es nicht. Ja, die minus 1 würde ich schon wissen. Okay. Okay.